Florian, eine Heimkehr hier zurück ins Allianz-Stadion. Wie gefällt dir das Stadion? Ja, super. Ich bin das erste Mal heute da. Ich war bis jetzt nur auf der Baustelle, wie ich noch da war und gefällt mir irrsinnig gut. Super Atmosphäre und ich hoffe natürlich, dass heute der Rapid gewinnt. Wie geht es dir in Deutschland? Am Anfang war es ein bisschen doch schwieriger für dich. Jetzt bist du eingelebt. Wenn man die Sky-Übertragungen anschaut, die schwärmen richtig von dir. Wie geht es dir selbst? Mir geht es ganz gut. Am Anfang war es natürlich nicht so einfach für mich, aber mittlerweile geht es mir immer besser. Ich bekomme regelmäßig meine Einsätze und in letzter Zeit ist es für uns als Mannschaft ganz gut gelaufen. Jetzt verfolgst du vermutlich Rapid auch aus Deutschland. Was sagst du zur aktuellen Situation? Ja, ganz schwierig. Es waren schon zwei Trainingwechsel die Saison und ich glaube, es war in letzter Zeit sehr viel Unruhe, aber ich glaube, dass sich das in nächster Zeit ändern wird und dass Rapid wieder erfolgreich spielen wird, vor allem in der nächsten Saison und hoffe natürlich, dass diese Saison noch positiv mit einem Cup-Titel abschließen.